wenn ich dann auf dem Holz draufstehen da auf der Boden soll er wieder aus Koppel sein und das was verstanden also du musst es jetzt Holzslaps machen Holzslaps als Decke oder was es ist ganz einfach jetzt genau auch das ist ein Zeiler ich denke ich habe ich auch nicht auch wieder durcheinander um es ist die Decke aus Holz der er heißt es mal ab Koppelsson in den er hat ganz so dasselbe ist um und dann zu machen und auch die Schmerzen machen aber als ganze Blöcke okay dann mach ich lieber ganze Koppel so sehr wohl unnötig dann ist das zu tun zu machen der Supertag ist es eine Decke gezogen das war gerade umsonst für die tun ich habe irgendwie Warte mal ich habe gar nicht den Sound ausgeschaltet ja da und jetzt geht beim bei mir und weil vorhin es sind wegen Optifang gegen meinen Sound nicht und dann habe ich um halt gewartet und jetzt geht es auf einmal um was ist die Berichtung auf die Köln ich weiß es ist benutzen ist es könnte aber nur so mit dem Spiel weniger legen also bei mir okay jetzt und jetzt und jetzt die Decke aus Kurbel und dann unter den Koppel soll ich dann Wundenslaps bauen oder was ja also nicht direkt also wenn du an die Wand ziehst dann bringt es ja nicht die Unterseite halt benutzen ja die Unterseite von der Decke und an die Unterseite mache ich dann einfach die Slaps oder was alles klar dann wird es automatisch hochtransportiert die Slaps und dann machst du so eine Decke wo du auch noch springen kannst okay man halt das benutze ich auch sehr oft ja und dann baue ich mir denke ich mal langsam Fenster immer in Häuschen rein oder auf der Dinger die heißt eigentlich wie heißt eigentlich der Mod star den nur aktivieren kannst dass das automatisch immer die in dem Platz im in den Winter nachfüllt um um keine Ahnung also wenn in der Stadt ist das ist noch ex neben dran extra in den Tage Prozent wie man es ist jetzt ich meine wenn er zum Beispiel du hast dein Inventar, ja? Und im normalen, also ganz normal, hast du da vorne diese acht oder neun Plätze, wo du deine Sachen reinmachen kannst, die du gerade hast. Ja. Und wenn da jetzt zum Beispiel die Kabels mal leer gehen, dann rutscht das, wenn du Kabelst noch im Inventarst, automatisch nach. Äh, boah, wie das automatisch nachrutscht. Das hat Gronkh auch, aber ich weiß nicht, wie das heißt, weil ich will das auch, weil das geht nicht. Ja, ich hatte das mal, da muss das ist so ein Sortierungsmod, also das, äh, portiert irgendwas, also Checks соответственно, Inventar�ichausschiff, glaube ich. Jetzt hab ich die Slaps wieder nicht da drinnen. Jetzt aber. Ja, uhu! Ja, ich hab's. Sehr schön, endlich. Also, ich zieh jetzt gerade mal die Decke und Slaps zu. Jetzt muss ich mir aber... Oh, ja, jetzt kommt diese dummen Schatteneffekte. Na, egal, wenn ich das Holzdecke... Schatteneffekte, du kannst doch irgendwie entfangen, also... Ich hab schon mal was gehört, dass man die irgendwie entfernen könnte. Ja, das kann sein. Konnte man entfernen. Ja, weil dann hat man so eine schwarze Decke, weißt du? Ja, das ist total behindert. Ja, super, ich hab eine schwarze Decke. Supi, ja! Dann mach ich hin, erstmal... Jetzt muss ich mir erstmal noch ein paar Leiter... Ah! aber auch was sind denn da und sind Hehehehe. Jo. Max? Ja? Ich hab immer Angst, dass irgendwie dein Rechner gleich abrotzt. Also mein Rechner kann hier nicht rotzen, weil es ist ein ganz normaler PC. Der hat einen richtig guten Kühler. Ja, der ist so wie seit Alter. Weil Leute, Maxis alter PC, der war so für'n Arsch. Der hat eine halbe Stunde mit uns gezockt in einem Clan-War. Und dann ist einfach mal sein Rechner eiskalt kaputt gegangen. Und das hat uns alle sowas von angekotzt. Das war so schlimm. Wir haben ein 3 gegen 3 Clan-War gemacht. Und dann geht Maxis Rechner auf einmal nicht mehr. Ja, Überhitzung halt. Ja, Überhitzung halt. Das war wirklich jedes Mal das Gleiche. Oh, jetzt hab ich hier einen kleinen Baufehler gemacht. Also ab wie vielen Abos würde ich sonst machen. Special. Ich weiß. Ich denke, er ist so ab 100 Abos oder so. Es ist nicht das gar nicht lohnt. Vielleicht auch mit einem 50er Abosblech. Ja. Warte, Moment kurz. Ja, ja, schön. Ja, Leute, dann seid ihr jetzt mal wieder alleine mit mir und ich muss euch mal wieder unterhalten. Wobei ich nicht so der Unterhaltungskünstler bin. Was ihr eigentlich, denke ich, alle wisst. Okay, so. Das Glas nehme ich hier mit. Jetzt bin ich mittlerweile auch schon Level 4. Ja, ich bin wieder da. Wer magst du, du musst heute echt mal herkommen zu uns und dann kannst du mal die, meine Map angucken, so. Entschuldigung, Leute. Äh, mein Häuser, dass ich hier baue, es ist echt geil, es ist halt gerade zwei Stöcke, aber ich glaube, irgendwann reiß ich einfach mal diese eine Seite weg von dem Haus, dann kann ich sie immer noch vergrößern, oder was denkst du? Ja, kannst du machen. Oder, weil, ich denke, mit der Zeit wird es vielleicht ein bisschen kleines Häuser. Aber mit der Zeit könntest du auch, das wird ja vielleicht mit der Zeit auch immer größer und größer, wie Grund, das mal gemacht hat. Naja. Aber ich muss mal Luft holen, ey. Immer wenn man redet, es fällt mir so auf, immer wenn man redet, dann vergisst man meist die Luft zu holen, oder? Äh, dann bist du leicht behindert. Was ich nur immer vergesse, wenn ich let's playe, oder wenn ich aufnehme generell, dann vergesse ich immer, warte, dann vergesse ich immer, so. Äh, was zu trinken, obwohl trinken eigentlich extremst wichtig ist, weil man dann voll den trockenen Mund kriegt, weil man dann die ganze Zeit irgendwelche Leute zufaselt. Stimmt, ja. Ja, ja, stimmt. Müssen wir uns mal, mal wieder vorbereiten. Ja, deswegen hab ich jetzt auch immer die Cola neben mir stehen. Ah, okay. Hab immer Wasser neben meinem Bett. Ja, das hab ich schon auch, also, abends kann ich auch gar nicht schlafen, weil wenn ich zu faul zum Aufstehen, und wenn ich zu faul zum Aufstehen hab, hab ich den ganzen Tag lang Durst und trinke nix und bleib die ganze Nacht wach. Also die ganze Nacht lang Durst nicht hart. Ah, du bist so wie ich, ey. Ja, geht, das ist, oh, ich kann das echt nicht haben. Ja, das kann keiner aushalten. So, tagsüber trink ich, ja, wie so, fast gar nix. Ähm, dann nachtsüber muss ich voll was trinken. Ich denke, ich baue mir jetzt schon dieses Ding, was, was, äh, Kronk auch hat. Ja, cool. Also diese, diese Lagerhalle da, weil ich hab so viel Scheiß jetzt schon dabei und so eine läppische Kiste langt mir irgendwie gar nicht. Ja, schon. Oder soll ich, oder soll ich mir gar nicht so eine Halle bauen oder so? Sondern soll ich direkt, äh, unter meinem Haus, da mach ich grad einen Weg, so wie ich hochgehe mit Leitern, grad runter in den, und so ein, unter Führung und mach dann da unten so eine Lagerhalle. Ja, das würde gehen, also so eine Art Keller. Ja, genau, sowas meine ich ja. Ja, könntest du machen, ja. Ist doch eigentlich eine gute Idee, oder? Ja. Na ja, auf, dann mach ich mir erstmal noch ein paar Treppen. Oh, mein Sicherheitssystem funktioniert, yeah. Was sind Sicherheitssysteme? Ähm, für mein Haus. Ja, ich weiß doch, das Sicherheitssystem, wo wir immer gezockt haben, das ich aus der Sehne ausgelöst hab. Ja, also das ist nicht so ein Sicherheitssystem, wie du das denkst. Nicht. Ähm, also, wenn du auf Druck trittst, dann schießt es automatisch Pfeiler ab. Hä, wie geil. Äh, schießt es nicht richtig, ich hoffe, das hat Kevin auch mal gemacht, weil ich hab so eine Tarnung gemacht. Okay. Ich hab's getan, der hat's gemerkt, der geht in mein Haus und der wird voll abgeballert, ey. Ja, ich geilste davon. Ja, ich geilste davon. Ja, ich geilste davon. Ja, geilste davon. Ähm, die Tür, die war schon offen, also die Iron Door. Ja, ja. Der hat das, wollte das auch machen mit der Pressure Plate, gell? Aber die Pressure Plate war... What the fuck? Alter, lol! Du, 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 du. Ja, halt. Ja, weiß. Ich bin hier grad in meinem Haus. Ich grabe hier grad unten rum und ich fall hier auf einmal in die Höhle, also direkt unter meinem Haus. Okay, okay. aus dem Bild mit Loben die Götzlöschen zu downloaden er hat er ist in der Tat nur was für mein Letzt player auf jeden Fall sehen der ich nicht gerade achten aber einfach wird es egal um Atrium letztlich Prozent Prozent es ist so ein bisschen die Beschreibung sein ja ja ich noch sein und sein wird er sein stellen die Beschreibung 8 das scheint er macht auch relativ gute Videos obwohl er es acht hat also ich habe eine gewährte er schafft sein Tänz schon angeguckt ja ich habe schon abonniert das hat schon für den Abos und du hast 16 jetzt dieser bis 16 bei um der hat sich auch abo gemacht wir haben ihn Mario Komala übrigens Maxi übrigens auch gut ist deutsch der hatte ich ja auch abo gemacht also ich muss schon sagen deutsch-sächter Börner alter Maxi musste ich mal die Höhle reinziehen sich sehr krass aber pass auf sie sind wenige so tief ist sie nicht also hast du Prozent ob sich einfach runtergegeben ja und dann gerade mich auf einmal die Höhle reingefallen aber ich weiß ja ganz gut rauskommt ich würde empfehlen macht es lieber nicht mehr um die meisten Spieler dann treffen sie auf Lava und dann sind die Tod die meisten Spieler haben sich runter treffen auf Lava und dann sind die Todes war so geil die eine Kindheit eben so scheiße was ist das hier 8 das Wasser für die Klinik um es ist ein System ist 2 ich kann dennoch erheben wieder ansteuert und ausschalten wenn ich so gut mit der Auskennung ist dann kann es so um ein Rätsel zu tun machen ich kenne mich mit Witz und Ausdiener auch machen jetzt dort ist so gut mal wer braucht bitte Redstone Tutorial auch eigentlich fast jeder nicht mehr also die meisten machen es ist jetzt um mit Witz und Tutorial als dass sie eben ihre ganze Map zeigen wollen bis nachbauen all die Natrium wo ist der andere ach ich glaube der ist in der Aft ne er guck mal kurz ob der immer noch auf der Aftes ja es guck mal ach sch fuck glaubst ich hab so einen richtigen Witz und glaubst nicht wie viel mit wieviel ich weiß was ich da muss noch weißt was sie schließt ich muss erst mal was sagen was das ist richtig krank findet wieviel erfahrungspunkte du kriegst du einfach nur so ganz arm Kohle abbaust ah ok der sein Mikro Lautsprecher ist aus also der ist Atrium EP ist im LOL also ah hier das ist es echt aber die Höhle die ist echt die Höhle ist echt krass alter das ist weiß und so gut so geil ist die gar nicht aber irgendwie ich schicke ich das gerade bisschen ich wollte und so Kellerbauer kommt so ein Scheiß raus so ein bisschen die Mütter mit dem Ende also an was machen können ich finde die ganze Zeit in mir nur Kohle um jede meintrechte Karte ist irgendwie voll mit Kohlen zugeschissen oder und Brutal er die ganze Welt bestehen das ist das ist wenn du so ein Amboss setzt dann macht es so ein richtig geiles Geräusch ja wie wieviel brauchen wieviel Eisen brauchen der Amboss 30 30 ich glaube ich habe 45 ich ja hier ich habe doch schon Alter das Leck gerade so scheiße wenn ja auch vorher warten das muss ich mal das machen was ich eigentlich nicht machen was ich nicht gerne mache weil ich da nichts mehr sehen im Spiel das geht es wieder einigermaßen das geht es wieder einigermaßen also Redstone ist wirklich geil also ich muss wirklich Notch ist wirklich ein richtig geiler Erfinder weil Mannschaft ist es das geht das ist was ich eigentlich gespielt habe der wo geht es hier raus ich glaube gar nicht weil manche geht es also die 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 nein ich meine wo ist hier der Ausgang den ich gebuddelt habe also wo ich runtergefallen bin wenn manchmal die irgendwo und sie haben meistens auch keinen Ausgang also es gibt schon solche Caves dass sie keinen Ausgang haben Alter ich meine da muss reingefallen in das Loch ich finde das nicht mehr gut Pornobananen Alter das war doch hier irgendwo nachgefunden das stimmt ja Torland und ich mich denke ich erst mal und jetzt kommen die Zoms ich mache jetzt erst mal schnell auf Peaceful ja aber ich lasse es denke ich war mit runtergraben und ich bin so schlau ich habe gerade das ist richtig fällig gewesen also ich habe gerade was auch müssen er hat es sich nicht auswollen oder der Ende der ist so ein Fell gekommen der ist gar nicht runtergefallen auch wenn unten irgendwas alles alle ich nehme gerade so krass viel auf Alter ich glaube ich hier ich glaube wir nehmen ich glaube ich habe jetzt also viel aufgenommen wir nehmen jetzt seit fast zwei Stunden schon auf das ist es wie viel ich jetzt schon vor produziert habe ich glaube ich habe jetzt locker schon an einem Tag sechs sieben Folgen weil bei mir gehen die nicht so lange ich weiß nicht wieso weil brest und da bricht die ab 4 gigabyte und dann bricht die Raps und ich schalte zwar aus aber das unterbricht trotzdem weiter sie können meine Folgen höchsten zehn Minuten lang sein ich muss mal gucken dass ich das irgendwie umgestellt bekommen naja warte mal meine Musik ist aus ich schaff das voll wo fällt da jetzt eigentlich deine Musik wieder aus wieso fällt denn deine Musik immer aus keine Ahnung weil ich schon nicht so viel Musik habe und meine Playlist noch so ein bisschen klein ist und so weiss und da muss ich die Asi oft in vorne starten aber damals jetzt habe ich Fuba und damals habe ich das ganze mit um mit diesen heißt es noch mal mit 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 Windows-Movie-Maker um die Mäger Windows Media Player gemacht und da hat das hat Minecraft so krass gehangen deswegen konnte ich da was ich mal täglich auf der kleinen und jetzt kann ich mir zum Glück Texteck reinhauen der Grundstück